Und wo wir gestoppt haben, machen wir weiter. So, Leute, ich habe kleine Bitte. Schreibt mal in die Kommentare, wo was kann ich abstauben? Womit komme ich wo weiter? Was muss ich machen? Also, das wäre sehr hilfreich, bitte. Was ist diese Muschel hier? Pris, bla bla bla. Sun G und Level Up. Ich habe nichts raus. Anfangen doppelt, kann ich auch nichts anfangen. Schatz, Insel. Ja, das ist das Erste nochmal. Schatz, Insel, was ist hier los? Wo für eine Marine? Betteln? Gegen was bettel ich jetzt? Boah, Alter. Level 27. Schaff ich das noch? Oh, gut. Schaff ich ohne Probleme. Oh, ich hatte jetzt gerade Angst. Ich hatte jetzt gerade Angst. Kann ich da weitermachen? Erstmal hier. Marine. Kann ich hier auch so machen. Und hier. Dasselbe. Mach mit dem hier platt. So, wenn ich gerade eben kein Problem hatte, sollte ich jetzt auch keine Probleme haben. G16. Irgendwas ist ein Teil. Ein Stern. Zweiter Stern. Ich muss neun Sterne zusammenkratzen. Wofür weiß ich jetzt nicht. Kostet das wieder Energie? Habe ich nicht geguckt. Scheiße. Weil wir viel lachen. Ich hätte gucken sollen, ob das Energie kostet. Ich habe nicht so viel Energie. Ich habe, glaube ich, zehn Energie noch über gehabt. Mal gucken. Hier sollte ich auch ganz schnell wegputzen können. Machen wir weg. Wenn ich jetzt den schaffe, dann sollte ich alles schaffen. Klappt auch ohne Probleme. Ich hoffe mal, das kostet echt keine Energie. Sind sie jetzt gleich Game Over? VIP. Ich brauche VIP. Ja, ja. Klar. Ich habe auch VIP-Leute. VIP 3. Naja. Würde wahrscheinlich auch nur zehn Euro kosten. Wäre eigentlich keine schlechte Investition, weil ich sehr wenig Nerven habe. Aber egal. Mache ich nicht. Weg. Machen wir noch einen. Da mache ich auch unter der Ebene. Ich mache einfach komplett das G16. G14 mache ich vielleicht morgen, wenn das Ding noch da ist. Ich habe jetzt echt keine Lust, irgendwie hier komplett alles durchzuspielen. Und hier sind es zweimal, da sind es zweimal. Und was kriege ich bei neuen Sternen? Hahaha. Mal wieder die Frage. Kriege ich etwas Gutes? Wahrscheinlich nicht. Wenn ja, dann würde sich Australien auch G14 vielleicht Platz machen, wenn ich es kann. Ich brauche noch einen Stern. Habe ich gleich. Oh, der hat mich zuerst angegriffen. Tut ihm weh. Klappt auch. Weg. Mit dem Dreck. B.C. Was war das gerade? Ich greife den Kommandanten der Zierme an. Ich glaube, ich habe jetzt null Energie. Scheiße, ich habe keine Energie, Leute. Hat doch Energie gekostet. Also, werden wir wahrscheinlich verdanken. Verdammt bis zum nächsten Mal. Den Angriff auf den Kommandanten. Habe ich irgendwas hier bekommen. Habe ich irgendwas hier bekommen. Hier kannst du was Schönes haben. Hier unten habe ich nicht. Alter, das Kills. Ich habe eine Operation. Ich habe eine Operation. Also, das ist von Law & Chipper. Den braucht hier keiner. von daher. Was ist hier möglich? Fishy. Berries. Habe ich nicht. Saufen will ich nicht. Gut, weiter. Küsschen kann ich verteilen. Ich weiß nicht, wofür sind die Küsschen da? Das wäre schön zu wissen. Kombo. Was soll ich kombinieren? Gute Frage. Weißer Teufel. Komm, was Schönes. Komm, was Schönes. War viel weiter runter. Schade. Tilo, Lilo, Tilo, Lilo. Krieg ich auch nicht auf. Berries. Komm, machen wir einmal für acht Berries. Einmal Roulette. Was bekomme ich raus? Zwölfer. Gelo. Zwölf bekommen. Kann ich aufmachen. Ich habe kein VIP. Kann ich trotzdem aufmachen. VIP 1. Keine Lilo. So, was habe ich hier hinten noch? Coupons. Und hier irgendeine Stoppuhr. Weißer Teufel. VIP 1. Bekommen. Griefbox. Ich kann die, ich kann die, ich kann die, ich kann die kaufen. Ich kaufe mir die mal. Zwei Schlüssel und Baddies. Ich habe echt Glück. Arena. Arena. Emotion. Was ist das? Kann mir das einmal bitte mal erklären, was, wie ich hier spielen soll? Was kann ich hier machen? Das wäre geil. Danke. Danke. Das kostet mich Geld. Danke kann ich nicht machen. Klang kann ich nicht machen. Es ist ja schön, wenn ich mir das einmal erklären könnte. Hier kann ich nichts machen. Hier kann ich nichts machen. Alles, Arena. Gut, das war es für dieses Video. Bis bald. Tschüssi. Ich versuche echt mal jetzt die Tage ein bisschen hoch zu kommen. Das wird langsam langweilig. Nur 9. Bald. Tschüss.